... ... ... ... ... ... ... Ich wollte mich auch noch mal abrunden, wie gestern die Prüfung gelaufen ist. Wir haben gestern nicht gedacht, nur nicht alle mal so lange Besuch hatten. Ich hoffe, es hat alles gut geklappt und wenn du Lust hast, kann dich ja mal melden. Bis dann, tschüss. 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 Tschüss.